Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Dunkle Wahrheit. Bevor ich zum eigentlichen Thema komme, muss ich noch ein, zwei Worte loswerden. Wenn man im Internet in einschlägigen Foren unterwegs ist, die sich mit Verschwörungstheorien befassen, kann man den Eindruck gewinnen, dass alles um uns herum eine einzige große Verschwörung ist. Da werden teilweise die absurdesten Geschichten gepostet. Und irgendwie warte ich noch darauf, dass irgendjemand schreibt, dass wir in Wirklichkeit alle fliegen könnten, wenn uns die Regierung nicht dauernd Blei ins Trinkwasser mischen würde. Aber es gibt auch ein paar Dinge, die haben wirklich Hand und Fuß. Und denen sollte man sich widmen. Und wenn man sich diesen Dingen dann etwas widmet und Zeit damit verbringt, alles nachzuprüfen, da kann es einem schon kalt den Rücken herunterlaufen. Zum Beispiel bei der Sache, die ich heute für euch habe. Es geht dabei um die Firma Diegel. Die Firma Diegel handelt mit Informationen, und zwar Informationen militärischer Art. Diegel ist sozusagen ein Nachschlagewerk für alle Armeen und Regierungen dieser Welt über den Bestand von Waffen und Munition weltweit. Das bedeutet, Diegel führt einen Katalog über den Bestand dieser Dinge in den einzelnen Ländern. Und die Information darüber erhält Diegel aus den einzelnen Ländern, sprich von den jeweiligen Regierungen. Darüber hinaus versorgt Diegel Militärs und Regierungen mit den neuesten Entwicklungen auf dem Waffenmarkt. Neben dem Ministry of the Events verfügt Diegel über eine ganze Reihe illustrer Kunden, die ihr hier links auf der Seite sehen könnt. Und auch das ist nur eine grobe Übersicht. Man muss sich das so vorstellen, dass die Firma Diegel mit allen wichtigen Geheimdiensten und Armeen dieser Welt, der westlichen Welt, zusammenarbeitet. Und seit einiger Zeit gibt es einigen Aufruhr im Internet, zumindest auf den amerikanischen Seiten. Denn die Firma Diegel hat etwas veröffentlicht, das einem die Haare zu Berge stehen lässt. Dadurch, dass Diegel mit diesen, ich sag mal Unternehmen, zusammenarbeitet, hat Diegel natürlich auch Zugang zu Informationen, die anderen verwehrt bleiben. Und bei dem folgenden, was ich euch nun zeigen werde, solltet ihr genau das immer im Hinterkopf behalten. Ein Unternehmen wie die Firma Diegel könnte es sich überhaupt gar nicht leisten, irgendetwas ins Internet zu setzen, was nicht Hand und Fuß hat und fundiert ist. In diesem sensiblen Sektor, in dem Diegel tätig ist, nämlich den Handel mit Waffen etc., geht es um Vertrauen. Es geht um Seriosität. Unabhängig davon, dass der Handel mit Waffen moralisch sicher bedenklich ist. Die Firma Diegel veröffentlichte eine Hochrechnung, wie ihrer Meinung nach und aufgrund der Informationen, die ihr zur Verfügung stehen, die Bevölkerung in vielen Ländern bis zum Jahr 2025 aussehen wird, beziehungsweise wie viel Bevölkerung diese Länder haben werden. Und 2025, ich möchte noch einmal daran erinnern, das ist vom jetzigen Zeitpunkt aus gesehen, gerade noch einmal elf Jahre hin. Und die Firma Diegel prognostiziert Millionen von Bevölkerungsschwund in verschiedenen Ländern. Für einige europäische Länder habe ich hier einmal links die Zahlen aufgeschrieben, die Diegel prognostiziert. Dabei handelt es sich um die Verlustzahlen in Millionen. Demnach sieht es so aus. Belgien wird 2.097.000 weniger Menschen an Bevölkerung haben. Österreich 1.794.000, die Niederlande 7.710.000, Portugal 3.964.000, Deutschland 1.596.000, Frankreich 24.577.000 weniger, Italien 19.000.000, Großbritannien 31.284.540 weniger, Spanien 21.288.760, Schweden 6.175.940, Schweiz 5.204.940, Norwegen 3.132.260, Irland 2.071.900 und Griechenland 7.821.300 Menschen weniger. Addiert erwartet Diegel nur bei den von mir genannten Ländern bis 2025 einen Verlust von 137.500.000 Menschen. Das ist aber bei weitem nicht alles. Es stehen noch wesentlich mehr Länder auf dieser Liste. Und wenn wir einmal über den großen Teilchen weg schauen, wird es richtig krass. Für die USA errechnet Diegel bis 2025 einen Verlust von 247.353.400 Menschen. Wenn ihr die Seite von Diegel besucht, den Link habe ich unten in die Videobeschreibung gesetzt, werdet ihr feststellen, dass es noch viele, viele Länder gibt mit Abermillionen Verlusten an Menschen. Und es gibt aber auch Länder, die werden einen Zuwachs haben. Und bei beidem kann man einen gewissen Trend erkennen. Die größten Verluste an Bevölkerung haben die westlich orientierten Länder. Vor allem die Länder, die sich politisch etc. an den USA orientieren und deren Bevölkerung vielleicht etwas aufgeklärter ist. Die wenigsten Verluste bzw. sogar Bevölkerungszuwächse haben die Länder, ich sage jetzt einmal, die vielleicht noch nicht ganz so aufgeklärt sind wie wir und von der Wirtschaft her vielleicht auch noch nicht auf dem Level sind, wie wir ihn haben. Es ist etwas schwer, die richtigen Worte zu finden, weil ich diese Länder nicht irgendwie klein machen will, aber ihr wisst vielleicht ungefähr, was ich meine. Es sind halt sehr arme Länder und es sind Länder, die, ja, ich sage mal, von einer Art Diktatur regiert werden, in denen die Bevölkerung sich nicht traut, gegen die Regierung aufzubegehren. Die demokratischen Länder, in Anführungsstrichen demokratischen Länder, die werden den Großteil der Verluste zu tragen haben. Nun fragt man sich natürlich, wo sind all diese Hunderte von Millionen Menschen hin, die dort verschwinden sollen. Ihr könnt euch vorstellen, nachdem Diegel diese Zahlen veröffentlicht hatte, war die Aufregung groß und es kam, wie es kommen musste. Irgendwann war dieser Teil der Website nicht mehr erreichbar. Die Zahlen waren nicht mehr einsehbar. Irgendjemand hatte wahrscheinlich ein Problem damit, dass Diegel diese Zahlen an die Öffentlichkeit gebracht hatte. Da aber die Nachfragen nicht aufhörten und diesen Menschen anscheinend klar wurde, dass zu viele Leute diese Liste schon gesehen hatten, kam sie wieder online, diesmal aber mit einer Stellungnahme von Diegel. Und darin erklärte das Unternehmen Diegel, wie es denn so auf diese Zahlen kommt. Ohne Ross und Reiter zu nennen, sagte Diegel, dass die ihnen vorliegenden Informationen, deren Quelle sie nicht preisgeben möchte, aber ich denke, wir alle können daran fühlen, wer es war, wo sie die Informationen her haben, denn Diegel arbeitet eben mit den Geheimorganisationen und den Regierungen der Welt zusammen. Diese Informationen eben haben dazu geführt, dass Diegel diese Prognose aufgestellt hat. Und diese Informationen führen dazu, dass Diegel bis zum Jahr 2025 den totalen Zusammenbruch des Wirtschafts- und Sozialensystems in diesen Ländern prognostiziert. Das wiederum würde dazu führen, dass es sozusagen eine neue Völkerwanderung gibt und Millionen von Menschen in andere Länder abwandern, oder Selbstmord begehen oder verhungern oder sonst irgendwie zu Tode kommen. Diegel sagt, das Ganze hat nichts mit Seuchen oder Ähnlichem zu tun. Es geht um den Zerfall der Menschheit, wie wir sie heute noch kennen. Die rund 247 Millionen Bevölkerung schon in den USA, erklärt Diegel auch mit diesen Dingen. Sagt auch, dass ein großer Teil der USA, Nordamerika nach Mittel- und Südamerika auswandern würden. Aber egal wie auch immer, Diegel sagt, beziehungsweise schreibt auf ihrer Website, die Zahl der Toten wird schrecklich sein. Und hier sind wir an einem Punkt, wo ich noch einmal daran erinnern möchte, dass Diegel nicht irgendein Larifari-Verein ist, sondern ein Unternehmen, das mit den Regierungen der Welt zusammenarbeitet. Und da muss man sich schon fragen, woher hat Diegel diese Informationen, die so fundiert sein müssen, dass sie sich trauen, diese Informationen ins Internet zu setzen. Denn ich denke, Diegel kann es sich auf gar keinen Fall leisten, in irgendeiner Form unseriös zu werden oder irgendwelchen Mist ins Internet zu setzen. Sie würden einfach die Zusammenarbeit mit allen Organisationen verlieren, von denen sie leben. Und genau das macht das Ganze eben so bemerkenswert. Es ist keine Verschwörungstheorie, die auf Hörensagen und Erzählungen beruht. Hier geht es um Fakten. Belegbar und nachprüfbare Fakten, die jeder einsehen kann, der daran zweifelt. Und nun sollte man sich die Frage stellen, was unsere Regierungen uns gegenüber verheimlichen, was Diegel aber weiß und in dieser Form veröffentlicht. Wie viel von dem, was uns prognostiziert wird, an Wirtschaftswachstum und uns geht allen gut, tralala, hat noch Bestand und entspricht noch der Wahrheit? Wissen unsere Regierungen schon, dass es für uns alle sehr bald, sehr mächtig bergab gehen wird? Wenn ja, würden sie es uns mit Sicherheit nicht einfach so mitteilen, denn man kann sich vorstellen, das würde weltweit zu einem Chaos führen. Oder würdet ihr noch irgendetwas tun, wenn ihr wüsstet, in 10 Jahren ist sowieso alles kaputt? Man muss aber auch erwähnen, dass Diegel gegen Ende ihrer Erklärung sagt, dass sie weder eine Glaskugel haben, womit sie die Zukunft sehen können, oder dass sie Hellseher sind. Das Ganze basiert auf dem, was Diegel an Informationen erhalten hat. Und daraus ergibt sich für die Firma Diegel dieses Bild, dass das Wirtschaftssystem bis 2025 völlig zusammengebrochen sein wird. Es wird keine soziale Sicherheit mehr geben, die Löhne sind im Keller, es wird das blanke Chaos herrschen. Das Ganze beruht auf dem jetzigen Stand, der Informationen von Diegel. Sollten unsere Regierungen oder wer auch immer in der Lage sein, das Ruder nochmal rumzureißen, könnte sich alles anders entwickeln. Aber derzeit sieht es für Diegel so aus, dass es so enden wird. Der Bevölkerung werden diese Informationen natürlich nicht gegeben, aus eben schon genannten Gründen. Aber ich finde trotzdem, dass jeder das Recht haben sollte, sich dementsprechend zu informieren. Denn wenn es so kommen sollte, wie es diese Firma Diegel prognostiziert, dann denke ich, sollte auch jeder das Recht haben, sich entsprechend vorzubereiten. Dieses Recht wird einem aber genommen, wenn einem diese Informationen völlig fehlen. Ihr könnt dieses Video beruhigt teilen, wenn ihr möchtet. Redet mit euren Freunden drüber, veröffentlicht es auf euren Webseiten. Denn es ist belegbar. Das heißt, ihr macht euch da nicht irgendwie lächerlich mit irgendeiner Hu-Hu-Hu-Verschwörungstheorie, sondern ihr könnt locker auf die Seite von Diegel verweisen. Dort kann sich jeder informieren, wer Diegel ist und welche Informationen sie online gestellt haben. Ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und auch da, weiß ich jetzt schon, habe ich ein ziemlich hartes Thema. Bis dann.